Freunde, einen wunderschönen Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem arschkalten Bad Oldesloe, würde ich mal behaupten. Bad Oldesloe, für alle, die es nicht kennen, in der Nähe von Hamburg. Ich bin hier aufgewachsen, aber dazu später mehr. Wir sind heute wieder am Start mit einer neuen Folge Friends and Cars und da schauen wir uns mal das Auto vom lieben Dominik an. Der hat mich bei Instagram angeschrieben, könnt ihr auch machen, wird hier jetzt mal angezeigt und das Auto schauen wir uns jetzt mal an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, der eine oder andere wird es sicherlich schon erkannt haben, für alle anderen, die sich jetzt fragen, so wie ich auch ehrlich gesagt. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Toyota Crown. Das ist der Besitzer, das ist Dominik und ich würde mal sagen, Rarität. Rarität vielleicht, ja. Ganz ehrlich, ich habe so ein Ding noch nie auf den deutschen Straßen gesehen. Es gibt auch, also ich weiß, dass es den mal in Deutsch, ich kenne mich nicht ganz so gut mit dem Auto aus, oder zur Geschichte besser gesagt. Es gab mal ein Modell hier in Deutschland, aber ich glaube, das müsste Ende 70, Anfang 80 oder so gewesen sein. Und ja, den Rest gab es nur in Japan und das ist einer von denen. Ihr habt den Carpon ja gerade schon gesehen, den haben wir hier schön im Industrielook gemacht. Und was mir aufgefallen ist, als du hierher gefahren bist, das Ding klingt wie ein V8. Aber es ist ein, du hast gesagt, 1JZ, zweieinhalb Liter, Sechszylinder, V-Form. Nee, Reihe. Reihe sogar, krass. Wir gucken auch noch mal in den Motorraum, aber ich würde mal sagen, wir schwingen uns mal ins Auto, weil es echt kalt. Aber bevor wir das machen, du machst den einmal an. Ich will das einmal aufnehmen. Ich finde echt, das klingt ein bisschen nach so einem alten Benz 500er Understatement V8. Also, mal als allererstes hier zum Innenraum. Was ist das? Velour? Ja. Stoff mit Velour an der Seite. Bitte? Das ist ein Mautgerät. Die Autos in Japan haben, also die haben so ein Mautsystem auf der Autobahn. Und jedes Mal, wenn du da dran fährst, musst du natürlich Geld bezahlen. Und da die nicht immer da in der Schlange stehen wollen und da lange warten wollen, die wollen immer schnell, 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 schnell weiter, haben die halt diese Mautgeräte im Auto, da steckst du so eine Art Prepaid-Kreditkarte rein. Der hat hier oben irgendwo, musst du das hier spielen? Ich muss es einmal zeigen. Also, natürlich logischerweise alles auf Japanisch, aber was zur Hölle ist das für ein abgefahrener Innenspiegel. Den habe ich tatsächlich nachgerüstet, also den kann man hier so ran klemmen. Ich mag es einfach, wenn man die ganze Heckscheibe sieht. Also es hat jetzt keine... Lila Licht. Auch natürlich sehr hinwinzig. Ne, genau. Es ist einfach nur, damit ich die Heckscheibe halt komplett drauf habe. Die im Übrigen wirklich riesig ist. Ja, stimmt. Ich finde das krasse ist, wenn man den von außen sieht. Also an sich ist es ja kein auffälliges Auto. Gar nicht, ne. Man schwimmt in der Masse mit. Man fällt nur so auf, weil dieses Modell, man sieht es halt einfach gar nicht. Aber von innen drin finde ich es wirklich... Allein das hier schon. Ja, ist schon ganz cool. Also ich finde auch von den Materialien... Ich darf das mal alles so ein bisschen aufpassen hier, ne? Ich finde auch von den Materialien ist das eigentlich noch alles ganz gut in Schuss dafür, dass der auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Genau. Baujahr? 2000. Baujahr 2000. Es gibt ja verschiedenste Generationen. Das ist die siebte Generation. Die... Oh, jetzt hast du mich. Ich glaube, es ist die siebte. Es gibt allerdings 15, wenn ich das jetzt auch... Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Es ist die 15. Generation angefangen oder die haben angefangen den Wagen zu bauen um 1955, wurde glaube ich vorgestellt. Ja, genau. Und ja, so Hersteller wie Nissan beispielsweise haben angefangen in der Zeit halt die ersten Limousinen halt auf den Markt zu bringen und ja, natürlich, wenn man, wenn man nur auf dem japanischen Markt zu Hause ist, was ja in der Zeit noch irgendwie de facto war, dann muss man da natürlich irgendwie mitspielen und dann hat Toyota den Crown rausgebracht. Rechtsgelenk natürlich. Übelst weird. Ich glaube, ich saß noch nie als Beifahrer an einem Rechtslenker. Echt nicht? Ne. Schickes Lederlenkrad auf jeden Fall. Und das war's. Die Armaturen erinnern mich tatsächlich stark an Mercedes. Gerade aufgrund des gelben Zeigers. Da haben die Jungs sich das auf jeden Fall abgeguckt. Ist ja auch nicht schlimm. Ein bisschen. Inspirieren lassen. Was haben wir hier? Klimaanlage haben wir hier. Ja genau, der Klimaanlage. Dann hast du hier noch. Also mal eine ganz blöde Frage. Hier ist ja logischerweise nichts auf Deutsch. Nein. Hast du einfach rausprogelt, was was ist? Ja, also man kann ja mit einem Google Translator kannst du ja einfach... Du hättest jetzt auch cool werden können und hättest sagen können, Nö, hör auf, weißt du, ich kann ja... Hallo, GoPro und moin. Ja, da hat sich, würde ich mal sagen... Die GoPro verabschiedet. Da hat sich gerade die GoPro verabschiedet. Hallo und willkommen zurück. Wir sind wieder auf Sendung. Wir waren bei den Tasten, glaube ich, ne? Learning by doing. Ja, also ich kann Japanisch natürlich. Habe ich im Alter von vier Jahren mir angeeignet. Mir war langweilig. Nein, natürlich nicht. Google Translate. Also du kannst ja... Das ist ja das Tolle am 21. Jahrhundert, dass du halt mit deinem Handy einfach auf die Tasten gehen kannst und der zeigt dir dann auf dem Handy an, was da steht. Und natürlich ist die Übersetzung nicht jetzt... Okay, ich sag jetzt lieber nichts, dass ich nicht wusste, dass das geht. So weit war ich tatsächlich. So weit war ich. Im Baujahr bist du nochmal? 91. Krass, ey. Oh Gott. Ne, genau. Aber so kann man sich so ein bisschen so ein bisschen erschließen, was sich hinter dieser Taste verbirgt. Ich finde es eher witzig, dass hier alles auf Japanisch steht. Das macht es nochmal... Ja, nochmal ein bisschen uriger. Genau. Das ist halt... Es ist halt ein Alltagsauto, aber ich wollte halt ein Alltagsauto haben, was so ein bisschen anders ist und das fängt halt bei so einem Spielkram irgendwie an. Ich würde sagen, das hast du geschafft. Lass mal eine Runde fahren. Ja, gerne. So, wir haben einen 5-Gang-Wandler-Automatik. Yo. Den gibt es mit verschiedenen... Mit verschiedenen... Warte, warte. Ja. Ich will direkt mal ein bisschen hören hier. Ach so. Was mir gerade jetzt so beim... Ja gut, jetzt hört man aber tatsächlich auch, wenn man sich auskennt, den Rheinmotor raus. Ein bisschen finde ich. Klingt ja doch nochmal anders als ein V-Motor. Die Motorhaube ist unfassbar hoch, oder? Das ist... Ich weiß nicht, ob das hier so rüberkommt. Das ist so ungefähr meine Gesichtshöhe. Auch, ich weiß nicht, wirkt die nur so kurz oder ist die tatsächlich so kurz? Die ist so kurz. Also das Auto sieht von außen zwar sehr... Das heißt, der Rheinmotor geht bis hier, oder was? Ja, so ungefähr. Das ist ja doch relativ lang, ne? Ne, ähm... Das ist... Nenne ich so ein bisschen japanische Ingenieurskunst oder die Kunst, ein doch kleineres Auto groß wirken zu lassen. Die haben halt stark mit den Proportionen hier gespielt. Also man sieht das an den... Wenn man sich den Wagen von außen anguckt, ist er doch eigentlich recht schmal. Also wenn man jetzt mal diese riesen Rückleuchten rauslässt oder den großen Grill oder die großen Scheinwerfer, ist das Auto eigentlich sehr schmal. Und das ist dem ein bisschen geschuldet, weil Japan ist ja wirklich sehr verwinkelt und sehr schmal alles. Und natürlich möchte man so ein bisschen das Statussymbol halt. Also für den... Das ist ja hier wahrscheinlich auch so, je größer das Auto, desto mehr ist das so ein bisschen der Haben und keine Ahnung was. So war es mal. So war es mal. Ja gut, jetzt ist die Zuckung vorbei. Die letzte Zuckung gibt es noch. Ja, genau. Und um dieses große Gefühl des Fahrzeugs irgendwie noch vermitteln zu können, haben sie halt stark mit den Proportionen, wie gerade schon gesagt, gespielt, indem sie halt große Rückleuchten verwendet haben, die sehr viel Platz einnehmen, vorne einen großen Grill, so eine Sachen. Weil wenn man hier drin sitzt, ich finde so groß ist das Auto eigentlich gar nicht. Ich würde... Ich wollte das Gegenteil behaupten, aber ich denke auch, das ist immer die Frage, was man so gewohnt ist. Ja, stimmt, stimmt. So, also, ne? Bei meinen Autos wäre halt der 7er so das Vergleichsstück. Ansonsten Polo, beziehungsweise E36 oder auch W201 damals noch. Ja. Klar, dagegen... Also ich finde schon, dass man hier... Du bist jetzt auch nicht der Kleinste, ne? Nee. Über 1,80, ne? Ja. So, und ich finde da... Also Beinfreiheit ist auf jeden Fall top da. Ja, Kopffreiheit auch. Und ich glaube auch, dass ich hinten relativ gut sitzen könnte. Ja, doch. So, du bist jetzt ja noch nicht der Erste, der hier mit mir netterweise sein Auto vorstellt. Ja. Aber bis jetzt würde ich mal sagen, gut, wenn man mal den V124 rauslässt, also der lange Benz, der vorgestellt wurde, was ja auch ein absoluter Exot ist. Ach, der mit den 6 Türen war das, ne? Total cooles Auto. Ähm, lieben Grüß an Nick an dieser Stelle, falls du siehst. Geiler Typ, geile Karre. Das ist ja mal wirklich was... Wo, warum, warum so ein Auto? Wie bist du darauf gekommen? Und dann die Frage, ich glaube nicht, dass das bei irgendeinem VW-Händler als Ankauf zum Verkauf stand, sondern wo hast du das Auto her? Äh, von dem Fähnchenhändler auf der Fädel. Nein, natürlich nicht. Äh, nee, das Auto... Also, ich fange vielleicht vorne an. Am besten, ja. Das wäre ganz gut. Ähm, nee, japanische Autos fand ich schon immer irgendwie spannend. Das ist so ein bisschen Gran Turismo und Need for Speed, glaube ich, geschuldet. Auch wenn es immer keiner zugeben mag. Aber ja, Need for Speed ist dann doch ein bisschen so ein bisschen Influence gewesen. Ähm... Darf man sagen, wie alt du bist? Ja, ne? Ja, natürlich. Du bist zwei Jahre älter als ich. Also bist du natürlich auch mit diesem ganzen Need for Speed, Underground 1, 2, äh, Fast and Furious und so weiter aufgewachsen. durch und durch. Absolut. Ähm, naja, und wenn man sich ein bisschen mit den Spielen halt auskennt, dann, äh, kommt man halt auch schnell... Ja, du, du willst einfach mehr über diese Autos wissen. Ähm, was genau, was ist das? Warum gibt es da so komische Sportcoupés vor allem? Jeder kennt Skylines, Supras und Silvias. Äh... Ein unfassbarer Hype, selbst in Deutschland, würde ich mal sagen. Komplett. Um diese Autos. Ja, total. Und der Markt ist auch total, ja. Also denkt man gar nicht, gerade weil viele doch immer vom Rechtslenker zurückschrecken, ist so dieses so, boah, doch ein Skyline, boah, egal. Kann man da spoilern, dass du, ähm, noch ein Auto stehen hast? Möchtest du fragen, was das ist? Es ist ein Nissan Skyline, ja. Das war... Welche Baureihe? Äh, R32. Also Leute, falls euch das Video bis jetzt gefällt, Daumen da lassen, ist klar. Und schreibt mal in die Kommentare, falls ihr Bock habt, dass der liebe Dominik auch dieses Auto für euch und für uns alle nochmal präsentiert. Wer weiß, was passiert. Also du hattest immer schon Interesse an JDM und den Autos. Ja. Das aber natürlich sorgt noch nicht dafür, dass wir hier sitzen. Nein, gar nicht. Ähm, also wie gesagt, viel, viel rumprobiert, viel geguckt, was geht so auf dem Markt, was gibt es für lustige Autos, was kann man für wenig Geld kaufen vor allem. Und, ähm, ich wollte, also neben dem Nissan, wollte ich halt gerne trotzdem diesen, diesen Japan-Flair irgendwie haben. Also, dass alles so ein bisschen anders ist. Also natürlich, ich hätte mir auch ein E39 beispielsweise kaufen können oder eine alte E-Klasse. Ich wollte halt gerne trotzdem irgendwie da bleiben, wo ich herkomme. Das wird sich bescheiden. Nein. Auch nein, dein Spirit ist voll bleiben. Ja, genau so. Der Leidenschaft. Ich finde halt, also Autofahren ist für mich nicht nur, ich muss jetzt zum Einkaufen vom Punkt A und vom Punkt B fahren, sondern ich mag Autofahren unwahrscheinlich gerne. Jeder Kilometer ist für mich ein Gewinn. Der Weg ist das Ziel? Ja, total. Und je nachdem, welches Auto ist, ist der Weg noch viel schöner. Komplett. Gott, wie schmalz ich. So romantisch fast. Also ich wollte halt, also klar, ich hätte mir auch ein E39 oder einen gleichwertigen Mercedes kaufen können, aber ich wollte dann doch irgendwie trotzdem auch im Alltag dieses Spezielle irgendwie haben. Dieses so, dass die Tasten halt komisch aussehen, dass das Lenkrad auf der falschen Seite ist. Aber ich schätze dich so ein, dass es nicht um die Außenwirkung geht, sondern eher so für dich. Komplett gar nicht. Nee, die Außenwirkung. Also das, klar, das ist immer leichter gesagt als getan, aber die Außenwirkung, auch wenn das in der heutigen Generation wahrscheinlich, oder in der heutigen Zeit komplett wichtig ist, ich mach's für mich, ich mach's nicht für andere. Und wenn ich's für andere machen müsste, oder wollte, dann müsste ich ein GTR fahren und würde nicht so einen, so einen komischen, halbgaren, große Toyota-Limo fahren, sondern würde halt irgendein anderes großes Auto, nee, mir ein AMG leasen. Das ist doch gerade unvog, oder nicht? Keine Ahnung. Hast du jetzt gesagt? Ja, sorry. Alles gut. Ein Kumpel von mir, der hat halt ganz lange Autos importiert aus Japan und so war der Weg halt nicht weit, immer mal wieder auf andere Autos zu kommen. Ja. Oder weil der natürlich immer sehr viele verschiedene Modelle da hat, von Sportwagen über Limousinen, über Geländewagen und so weiter und so fort oder auch Re-Importe. Also ich kenne das so, dass einige, ich weiß ja genau, was ihr für Videos seht, wenn ihr meinen Kanal guckt, ihr guckt ja auch die Videos von Hagen Amstab, ich ja auch. Und da hat man das mal gesehen, wie der auf so einer Online-Plattform unterwegs war. Ich weiß nicht, schaust du die Videos auch? Ich habe mir zwei, drei Videos von ihm angeguckt, finde die auch ganz lustig, ehrlich gesagt. Der hat sich mal ein W2-221, eine S-Klasse geholt, auch über so ein Japan-Importportal und das hat Ewigkeiten gedauert. Wie läuft das ab? Also du hast es über einen Kumpel gemacht, der zeigt dir eine Liste an Autos oder wie ist das? Ja, nee, also der hat Zugriff auf die Auktion in Japan, also Autos werden, wie gesagt, in Japan muss immer alles schnell, 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 schnell gehen und so werden halt auch Autos über Auktionen ganz häufig verkauft und diese Auktion, das muss man sich vorstellen, das ist wie so ein, also für uns einsichtig, ist es halt ein großes Internetportal, wo du halt Tage vorher sehen kannst, welche Autos durch die Auktion halt durchrattern und da ist dann alles dabei, von kleinen K-Cars, das ist so eine kleine Fahrzeuggruppierung in Japan, bis hin zu Bussen. K-Cars? Es gibt da auch eine Musikrichtung, da K-Pop oder wie das heißt. Ja, aber das ist koreanisch, glaube ich. Jetzt wollte ich einmal mit Fachwissen glänzen. Darüber, über so ein Portal haben wir dieses Auto hier erstanden. Seit wann hast du den jetzt? Bisschen über ein Jahr habe ich den Wagen jetzt. Okay, darf man dich fragen, was sowas kostet? Ich will erst mal raten. Ja, bitte. Verrierst du es? Ich verrate es ja. Okay, pass auf. Mir ist das egal. Ich würde mal sagen, der hat 185 gelaufen, wie viel hat der Hand? Oh, das weiß man leider nicht. Okay, das kriegst du nicht raus. Manchmal kriegt man es raus. Ich glaube, es ist nicht so teuer, wie man denkt. Ich sage jetzt mal, ich sage mal zwischen 3.000 und 6.000 Euro. Rohpreis in Japan meinst du? Oh, hier ist gleich Polizeikontrolle. Also das, was du für das Auto inklusive der ganzen Zoll-Geschichte bezahlst? Fast. Nach oben oder nach unten? Nach oben logischerweise. Bisschen über drei. Nein. Also der Wagen hat mit, bis er wirklich von der... Okay, was hat der Wagen an sich gekostet? Ohne Zoll. Das ist schon fast peinlich. Mich interessiert es wirklich? Also wenn du es nicht sagen möchtest, okay. Doch, doch, doch. Auf jeden Fall, weil es schon fast schockierend ist. Du hast, also es gab eine Zeit, wo du für so ein Auto hier 300 Euro bezahlt hast. In Japan auf den Auktionen. In einem vergleichbaren Zustand. Der hat 300 Euro gekostet. Auf den Auktionen. Der wurde für 300 Euro ersteigert. Ernsthaft jetzt? Ja, kein Scheiß. Das heißt, das ganze Klimm-Bim von Auto hier in Containerschiff rüber, Hamburger Hafenzoll, die ganzen Quatsch, drei Mille. Genau. Also ja, drei, drei, fünf irgendwie so. Aber überleg das mal im Verhältnis. Dieses Auto für 300 Euro. Und das war mit einer der Gründe, was, also was es noch viel mehr gerechtfertigt hat, ein Auto aus Japan zu importieren, weil klar, du kannst... Das darf mir keiner erzählen. Das ist gestört, oder? Das ist ja krass. Vor allem, das ist zwischen E- und S-Klasse angesiedelte Limousine mit einem Sechszylinder-Motor. In einem Ex... Also ich würde mal sagen, innen drin, in einem Top-Zustand. Gut außen, klar, ein, zwei Kleinigkeiten, aber überhaupt nicht viel. 300 Euro, ey. Das ist gestört, ich weiß. Junge, ich habe für meinen Polo 1200 bezahlt. Überleg mal. Ich weiß. Klar, ich kann mir auch für dreieinhalb mir irgendwie einen E-39 angucken, aber der ist dann halt scheiße. Also der ist dann halt runtergerockt, hat Rost überall, richtige Autobahn-Hure. Schockt halt nicht, ne? Vor allem, das Geile ist ja, du steigst hier ein und der redet ein Asiate mit dir. Für 300 Euro. Für 300 Euro ist okay, oder? Ist krank. Aber da seht ihr mal, dass das hier wirklich echt ist. Also ich will es bewusst immer vorher nicht wissen, weil ich finde es immer schön authentisch, dass man das zusammen erfährt letztendlich. 300 Euro, Junge, Junge. Das ist gestört, ja. Ich sehe gerade hier vorne links, ja, meine alte Schule. Wollen wir da mal kurz anhalten und mal so, na, Bestandsauf, es regnet gerade auch nicht, selten, hier bei uns. Das wollen wir da mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen. Ich glaube, der lässt sich vor. Opa Schorsch, danke. Ja, moin. Schauen wir uns das Ding mal von außen und auch von innen an. Ach, was ist das herrlich. Ich würde mal sagen, Wetter und Ort und Stimmung passen zusammen. Das, liebe Leute, hier ist meine alte Schule. Gott, oh Gott. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie öffentlich erwähnt oder thematisiert. Ich habe diesen Laden abgrundtief gehasst. Also ich habe mich mit den Lehrern eigentlich größtenteils gut verstanden, aber ich bin kein Schulkind gewesen. Meine Eltern wissen Bescheid, das war immer lustig mit mir. Lieben, Gruß in dem Sinne, die gucken das ja auch. Hallo, war toll. Jetzt mal YouTube-Videos scheiße. Jetzt mal YouTube-Videos verdammt. Aus dem Jungen ist nichts geworden. So, das ist das Ding von außen. Und das erste, oder was heißt das erste, ist auch gelogen, was sofort aufgefallen ist, finde ich, sind diese, naja, Blinker sind es ja nicht, oder? Nee, es sind Positionsleuchten. Damit du beim Einparken, weil das Auto kein PDC hat, vorn erkennst, wo das Ende ist. Kein Wein, ja. Was der, so würde ich das mal vermuten. Ja, ich glaube, also diese Positionsleuchten werden wahrscheinlich zum Einparken sein und auch so ein bisschen, um das Auto vielleicht einschätzen zu können, weil Japan hat natürlich sehr viele enge Straßen. Da bist du mit so einem Ding eh falsch unterwegs eigentlich, ne? Das Auto hat tatsächlich einen ganz schön kleinen Wendekreis. Also dafür, dass der so groß ist, den kannst du ziemlich gut zirkeln. Das, was der vorne hat, hat dir ja zum Beispiel der Mercedes W140, die Erstklasse hinten. Ich finde, auch hinten macht es ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sinn, weil man ja doch nach vorne raus meistens noch ein bisschen besser abschätzen kann, wie lang das Auto ist. Aber gut, so viel dazu. Fällt sofort auf, dass du halt vorne kein Toyota-Emblem hast, sondern du hast, ja, kennst du die Bedeutung von dem, oder? Gar nicht, nee. Also ich glaube, in Japan ist es so ein bisschen, ich glaube, zu vermuten, oder vermuten zu können, dass halt so ein Auto früher vielleicht für den Abteilungsleiter oder den Storebesitzer, keine Ahnung was, irgendwann so ein Ding war, oh, das gönne ich mir jetzt. So wie bei uns, wenn man sich einen 124er früher gekauft hat, dann war es so, oh geil, jetzt lasse ich mir den Benz raus. Vielleicht, wenn ich mal ganz blöd dazwischen gehen kann, auch wie bei Mercedes und Maybach. Das ist ja an sich dieselbe Karosse, was nur dieses Maybach-Emblem. So schauen wir mal weiter an sich. Von außen ja wirklich, ich will dein Auto jetzt nicht beleidigen. Ich finde tatsächlich, mit der Sturzstangevorte, sieht es sportlich aus. Wenn man die jetzt aber mal weglässt, relativ biederes Auto. Und jetzt, wo ich so weit hinten stehe, ich sehe tatsächlich ein paar Parallelen von der Linienführung zum 140er oder 220er. Finde ich persönlich, aber gut, das ist auch Geschmackssache. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, von hinten, das ist ja schon relativ eine Coupé-artige Linie, finde ich. Also mit dem, die riesige Heckscheibe. Das fließt halt alles her, ne? Das ist schon echt Wahnsinn. Das ist jetzt ein zweieinhalb Liter Sechszylinder-Sauger mit? Mit 200 PS. 200 PS. Was auch 2000 nicht wenig war, ne? Nö. Und für den Alltag ist super. Also nicht zu viel, nicht zu wenig funktioniert. So Heck an sich, es macht schon was her. Also das ganze Auto wirkt jetzt nicht so, als wenn man durch Japan fährt und kein Geld hat. So möchte ich das mal behaupten. Ne, genau. Und ich glaube, das sollte auch so ein bisschen das halt erzielen, dass eine große Limousine erschwinglich für jeden ist. Mach mal vorne den Deckel auf. Gerne, klar. Ich denke, euch interessiert das auch, wie das da vorne aussieht. Toyota. Ach ja, stimmt. Du musst ja gar nicht da rein. Du musst ja da rein. Ist das ungewohnt. Du hast ja schon ein paar Videos gesehen. Ich frage ja irgendwann ab einem gewissen Punkt immer, darf ich fahren? So, das würde ich dich natürlich auch gerne fragen, weil da bin ich echt heiß drauf. Mein erstes Mal Rechtslenker wäre das. Wie ist das? Darf ich fahren? Kannst du ihn gerne machen. Kann ich machen? Ja, natürlich. Ach geil. Kein Stress. So, Motor ist von Toyota. Genau. Motor ist von Toyota. Der ist aber echt ziemlich weit nach hinten gezogen, ne? Wenn man mal guckt. Ja, hier kannst du ja nicht noch einen Zylinder platzieren, theoretisch. Gab es die auch mit 4- bzw. 8-Zylinder-Motoren? Es gab den Crown Magesta. Das ist nochmal, da sind wir wieder bei denen. Es gab Limos für jedermann. Der Crown Magesta ist nochmal ein höher. Basiert auf dem auf dem gleichen Chassis, aber die Karosse ist halt ein bisschen anders. Und der hat einen V8. Krass. Ja. Auch von Toyota? Auch von Toyota, ja. Gut, muss ich mich outen. Ich wusste gar nicht, dass die V8 gebaut hat. Aber unfassbar kleine Batterie, oder? Finde ich. Ja, aber haben die generell immer. Also beim Nissan ist die auch so ein kleines, süßes Paket. Na gut, spart Geld, ne? Spart Geld. So, wenn man jetzt mal schaut, irgendwelche Besonderheiten. Das sieht nach einem Edelstahlkrümmer aus. Ja, der ist halt original. Also es ist nichts an dem Auto verändert, bis auf die Rückleuchten. Aber Standard einen Edelstahlkrümmer zu haben, ist schon ganz cool. Kann man sich auf die Fahne schreiben, ne? Ja, schon. Ansonsten sieht er auf jeden Fall sehr trocken aus. Ja, die Ventildeckeldichtung musste ich tatsächlich wechseln. Hast du schon gemacht? Das ist Klassiker, aber den Autos, die ist immer ganz schön. Ja gut, da gibt es ja einige Motoren, bei denen das so ist. Ja. Aber ansonsten, also ganz ehrlich, 300 Euro hätte man jetzt einen schlechteren Zustand. Könnte man mit kaputten Domen rechnen zum Beispiel. Wir müssen aufhören, auf den 300 Euro rumzuhacken. Du sagst, ich darf fahren. Ich bin aufgeregt. Wollen wir das machen? Traust du dich? Ja, schon. Rechtslenker habe ich noch nie gemacht, Leute. Das ist Wahnsinn. Ich bin echt aufgeregt. Oh Mann, ey, ja, komm. Dann mal los. Oh, ist das abgefahren. Kannst du noch weiter nach vorne, ne? Ne, alles gut. So, ich mache mal an den Bock, ne? Ich muss echt überlegen. Handbremse? Hat er nicht. Also doch, hat er, aber die ist wie bei Mercedes zum Treten. Also, ich glaube, ist das geil? Ey, das ist ja... Ich habe auch echt Schiss, dass ich irgendwo gegenfahre. Na, Quatsch. Ich bin noch nie Rechtslenker gefahren. Ich glaube, mitgefahren bin ich mal irgendwo. Glaube ich. Alter, ist das abgefahren. Ich kann es einschleiden. Boah, Junge. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal gemacht habt. Oder ob ihr euch genauso dämlich angestellt habt. Alter Verwalter, ey. Das Einzige... Ich wollte schon wieder... Man muss sich, glaube ich, ein bisschen nur... Also, beim Fahren ein bisschen am Randstein orientieren. Das war es dann eigentlich. Achso, ein Blinker ist rechts. Achso, ja. Okay. Boah, ist das abgefahren, Alter. Die Fahrschule hier. Fahren Sie bitte rechts. Ich habe tatsächlich auch hier bei Oldestow Fahrschule gemacht. Ja, ich auch bei Lippert hier vorne. Ich bei Kleber. Schön, ist übrigens keine Werbung. Ey, das ist ein schweres Auto, oder? Ja. Ne, ich gerade. 1,8 Tonnen oder so bestimmt? Ja, circa. Ich glaube, 1,87 oder irgendwie so. Das merkst du aber. Der Blinker war links oder rechts? Rechts. Alter, ist das abgefahren, Alter. Musst du ein bisschen rechts sich halten. Boah, ist das abgefahren, ey. Alter, ist das abgefahren. Sorry, Leute, wenn ich jetzt nicht so viel am schnacken bin. Alter, ist das crazy. Sein Hirn rattert. Boah, Junge, ist das abgefahren, ey. Du bist halt auch so gewöhnt, dich automatisch weiter links zu orientieren, weil du halt nicht in den Kahnstein fahren willst. Und hier musst du dich eher weiter rechts orientieren. Also im Zweifel immer zu weit rechts fahren eigentlich. Also so ist ja alles cool, aber ich kann halt auch die Ausmaße von dem Auto nach links überhaupt nicht. Das fällt ja da auch noch so. Komme ich da vorbar? Ja, klar. Musst du ein bisschen rechts fahren. Kleines bisschen nach rechts. Ja, wirklich? Ja, so, alles passt. Meine Freundin fährt auch Rechtslenker. Was? Ja. Ey, ich wollte gerade schon sagen, also erst mal, der Waren schaltet ultra sauber. Ja, voll. Weil du sagst, du schreist, ne? Ja, ja, ich pöbel. Du hast, also, ne? Ich finde dich echt sympathisch, deswegen sage ich dir das auch, du hast völlig einen an der Klatsche. Aber deine Freundin fährt Rechtslenker. Ja. Verzeih mir diese Frage. Ist deine Freundin Asiatin? Nein, ist sie nicht. Die ist auch nordlich so wie mir. Nee, auch nicht. Also sie hat so eine gesunde Distanz dazu, findet aber Autos trotzdem schön. Und die fährt einen Rechtslenker? Ja, also den machen wir jetzt gerade fertig, sodass sie den ab März fahren, also wirklich fahren kann. Soll jetzt hier nichts Frauenfeindliches sein, meine Freundin fährt nicht mal ein handgeschaltetes Auto. Warum fährt deine Freundin Rechtslenker? Weil wir haben uns lange drüber, also sie mag alte Autos generell, das ist so ein bisschen familiär auch bedenkt. Sollte es viel mehr Frauen von geben. Absolut. Damit das Verständnis auch vielleicht mal ein bisschen für uns Quatschköpfe da ist. Das schmeißt mir aus der Serie. Das fühlt sich gut, ey. Ja, ja, voll. Wir haben halt uns zuerst so alte Audi 80 angeguckt oder auch mal einen Käfer und so weiter, aber die haben vom Zustand uns irgendwie nicht so zugesagt und waren dann auch nicht irgendwie so, hat sie nicht so abgeholt. Naja, und dann irgendwann meint sie, ja, ich brauche irgendwie was, ne? Was gibt es denn noch so? So, und dann sind wir irgendwann bei einem alten Nissan gelandet und da hat sie sich schockverliebt und den haben wir dann kurzerhand, na, was heißt kurzerhand, nach einem Jahr Recherche haben wir uns dann halt einen kleinen Nissan gekauft. So, du hast jetzt gesagt, was das Auto kostet, Zoll ist relativ teuer, Blinker war rechts, ne? Blinker war rechts. Aber an sich, also ans Fahren, habe ich mich schon ein bisschen da gewöhnt. Ja, man merkt es auch. Ist ja so der Klassiker, äh, japanische Ersatzteile sind ja relativ schwierig zu bekommen. Wie sind da so deine Erfahrungen? Ähm, ja, nein. Also es kommt oft an, was genau du suchst. Klar, eine Frontscheibe für so ein Auto zu kriegen, da will ich gar nicht drüber nachdenken jetzt gerade. Ähm, ein bisschen rechts, ein bisschen rechts. Ähm, eine Frontscheibe, wie gesagt, das ist, es wird schwierig oder Karosserieteile sind auch schwieriger, aber es funktioniert alles. Aber so alles, was so Fahrwerke, Motoren, Ersatzteile betrifft, ähm, kriegt man eigentlich alles relativ entspannt. Meistens über England. So, wir sind jetzt gerade auf der Landstraße, Tempo 100 ist hier erlaubt. Darf ich mal kurz ein bisschen Gas geben? Gib ihm. Ja? Ja, klar. Wollen wir mal Kickdown? Okay, Motor dreht bis 5,9. Was ist das? Nicht langsam, ey? Nee, bis rechts. Wirklich, wirklich nicht langsam. Ich habe schon das Gefühl, ich fahre hier im Graben. Nee, gar nicht, ey. Überhaupt nicht. Schwierig, ey. Ich fühle mich, ich fühle mich so, ich habe begleitetes Fahren mit 17 gemacht damals. Ich fühle mich genau so. Ich fühle mich auch ein bisschen wie ein Fahrlehrer, das will ich gar nicht. Ich, mit 17, sitze da, mein Papa sitzt hier, Janik, du fährst gleich im Graben, ein Stück weiter nach links, ein Stück weiter nach links. Boah, schwierig, aber es ist echt nicht so einfach, Leute, wirklich, also, das ist echt abgefahren, aber irgendwie ist das auch cool. Man sieht die Welt ganz anders. Das ist es, es ist, ja genau, also, wenn man selbst das Gefühl hat, okay, hä, das ist irgendwie witzig, genau das willst du ja haben. Das willst du ja haben beim Autofahren, die ist so, irgendwie ist es witzig. Ich finde, die Geräusche hier drin, das ist wirklich sehr leise. Also, du hörst ein bisschen was vom Motor, wie das halt so vor 20 Jahren war. Das finde ich aber auch gut. Zum Glück. Finde ich gut, gerade in Verbindung mit der Wandelautomatik, das klingt sehr geil, aber ansonsten ist das hier tot und stück, ne? Ja. Auch auf der Autobahn, also, wenn man so 140, 150 fährt, das geht echt wunderbar. So, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege, Abmoderation des Videos und einen Rechtslenker fahren, hier im wunderschönen Bad Oldesloh. Übrigens, ziemlich geil, dass ich mal wieder in meiner alten Heimat, so gesehen, unterwegs sein durfte und dann auch noch mit so einem Exot. Vielen Dank, dass ich dein Auto fahren durfte. Sehr, sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr eine Geschichte oder eine Verbindung zu diesem Auto habt, bin ich echt mal gespannt, ob da einer dabei ist. Ansonsten, abonniert gerne den Kanal, schaut euch die weiteren Videos an. Ich muss weiter nach rechts, ich kriegst mich hin, weil es... Noch weiter nach rechts, weiter nach rechts. Oh Gott, ey. So, wir machen das jetzt hier. Ich fahr jetzt schnell. Oh Gott. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke dir Dominik, geiler Typ. Sehr geschehen. Lass ein Like da, kommentiert. Meine Stimme versagt schon, Leute. Schönes Wochenende. Tschüss. 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 Tschüss.